Grüß euch Leute, freut mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast zu einem Bitcoin-Preis von unter 66.000 US-Dollar. Wir waren gerade live online, bis mein Internet nicht mehr so ganz mitgespielt hat. Darum machen wir kurz in diesem Video eine Bitcoin-Analyse, wenn wir nach unten hinwegbrechen, wo wäre der nächste Support, wo sind die nächsten Kaufchancen und sehen uns natürlich die Zahlen, Daten, Fakten über die ETFs an, denn weil der Retail und der ganze FOMO-Markt noch überhaupt nicht aktiv ist, spielt sich tatsächlich hier mit den täglichen und wöchentlichen Inflows alles auch in der Price-Action ab und ist mit hier auch der wichtigste Indikator. Wir sehen uns die On-Chain-Daten zu Bitcoin-Wallets an und natürlich stellen wir auch gerade fest, dass wir ein Sommerloch drin haben, nicht unbedingt im Preis, wir sind immer noch in Ultimate-Regionen, also das darf man bei weitem noch nicht als Sommerloch verstehen, aber wir haben das Sommerloch im allgemeinen Interesse, denn die Klicks, die ganzen Aufrufzahlen, YouTube, Social Media und Co. ist für Krypto gerade an einem absteigenden Ass. Das Interesse ist jetzt eher bei Fußball, schönes Wetter, schöne lange Sommerabende und das ist natürlich ganz verständlich und ist auch immer im Sommer so auf allen Märkten. Und da möchte ich mich natürlich wie immer bei euch bedanken, schaut euch mal die Aufrufzahlen seit den letzten 365 Tagen an. Ein extrem heftiges Ultimate-High von über 30.000 Klicks pro Tag, so heftig ist auf diesem Kanal noch nie irgendwie geklickt worden und alleine im vergangenen Jahr über 1,4 Millionen Aufrufe. Dementsprechend den größten Dank an euch und ich lade auch dich wie immer dazu ein, unter den ersten 18.000 Abonnenten mit dabei zu sein und natürlich auch gerne eine Bewertung da lassen, ist für den Algorithmus natürlich immer das Allerwichtigste und wir starten direkt in die Bitcoin-Preisanalyse. Denn wir haben jetzt hier in dieser Seitwärtsbewegung um knapp 2,6% das All-Time-High nicht erreicht und jetzt sind wir direkt mal in der Gegenbewegung. Und obwohl wir noch auf über 60.000 US-Dollar traden, sehen wir jetzt schon Berichte. Bitcoin Bullrun vorbei, was spricht dafür, was dagegen? Bitcoin Bullrun vorbei, Mimamo, der echte Härtetest. Top-Krypto-Analyst, sind sonst irgendwas kommen, die Rallye hat ein Enddatum, Mimamo. Also das geht jetzt wirklich schon quer durch die Bank und wir müssen einfach ehrlich dazu sagen, jedes Mal, wenn wir solche schlechten Nachrichten sehen, wenn wir so viel Angst im Markt sehen, ist das vor allem in einem Bullrun ein perfekter Zeitpunkt für Dollar-Cost-Average, für langsames Spekulieren in die Upside und einfach natürlich weiterhin die Dips zu kaufen. Ich persönlich bin unverändert in meinen Long-Positionen, die hier schon mit 5.000 Euro im Gewinn war, die hier mit 3.000 Euro schon im Verlust war und jetzt einfach nur hin und her über den Break-Even-Punkt tangiert und hier im Endeffekt ja mal schauen, wo es hingeht über die nächsten Wochen. Ich persönlich werde hier bis mindestens 20.000 bis 30.000 Euro Profit diese Position offen lassen. Meine neuen Positionen, die ich ganz klein angefangen habe, also hier sind wir noch bei ganz kleinen Summen, da werde ich Stück für Stück natürlich vergrößern und einfach mehr in die Long-Richtung traden, weil ich bin mir sicher, der Bullrun, der noch ansteht, der könnte enorm werden. Ja, die Meme-Coins sind fast Top-Indikatoren, die extrem gestiegen sind und extreme Profite gebracht haben. Trotzdem denke ich mir, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert, als wir uns es jetzt gerne wünschen würden, dass wir in nicht allzu langer Zeit auf über 100.000 US-Dollar traden würden. Und dazu als Beispiel sehen wir uns jetzt mal die On-Chain-Daten an, denn wir sehen, dass jetzt die ETFs, alle 36 globalen ETFs, die mit Bitcoin handeln, die auf über eine Million Bitcoins under Management gekommen sind. Sprich, alle ETFs zusammen halten mehr Bitcoin als Satoshi Nakamoto. Dort konnte man das natürlich nachvollziehen. Die ersten Bitcoins, die gemeint wurden, gingen auf seine Wallets. Das waren nicht zu wenige, sondern über eine Million Bitcoin eben roundabout. Und jetzt sind die ETFs nach nicht mal sechs Monaten nach dem Handelsstart auf genau diesen legendären Kontostand gekommen, haben in Summe einfach eine Million Bitcoin aufgekauft und das innerhalb von einem halben Jahr. Und in diesem halben Jahr sind wir wohlgemerkt von 49.000 Dollar, wir können auch den Boden von 38.000 Dollar nehmen, auf über 70.000 hochgeschossen, während Grayscale abverkauft hat. Und jetzt balanciert sich das Ganze ein. Ich denke, wenn wir jetzt auf ein halbes Jahr zurückblicken sehen, wie erfolgreich der Bitcoin ETF war und dann einfach mal ein bisschen optimistisch in die Zukunft sehen und überlegen, dass wir vielleicht auf spätestens zwei Jahre hier nochmal diesen Inflow bekommen könnten und langsam aber sicher einfach gute Firmen, die Bitcoin als primäres Asset halten, als Rücklage, dass das Ganze weit über 100.000 Dollar kommen kann und vermutlich auch wird. Und jetzt, obwohl wir schon bei über 60.000 Dollar stehen, sind diese Schlagzeilen mit Bitcoin Bullrun vorbei, mit Bitcoin Bearish, Bitcoin 44.000 Target, was auch immer. Also das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Setup. Das letzte Mal, als wir Angst im Fear and Greed Index hatten, war das bei 57.000 US-Dollar. Ein super Einkaufspreis und ich bin mir auch sicher, dass wir hier, wenn wir auf die 60.000 Dollar zugehen oder nochmal kurz darunter stechen, hier wirklich saubere Entries bekommen, weil wir eben immer, wenn wir das Ultimate gnadenlos nach oben hin durchbrochen haben, erst recht den Bullrun gesehen haben. Die On-Chain-Metriken sehen gut aus und auch das Kleinanlegerverhalten, denn die Bitcoin-Adressen unter einem Bitcoin, die verkaufen gerade ab. Die Menge der Bitcoin-haltenden Wallets, die sinkt und sinkt und sinkt. Im Endeffekt auch bei den 1 bis 10 und auch bei den 1 bis 100 Bitcoins ist es nach unten gegangen. Logisch, wenn du da in diesen großen Bereich investierst, kannst du schon mal abverkaufen, kannst du schon mal Millionen an Profite nehmen und bist vielleicht auch sehr zufrieden mit Bitcoin. Aber gerade diese kleinen Wallets, wo es um Kleinanleger unter 100.000 geht, abverkaufen, ich glaube, das ist eher das Panic-Selling. Und die großen Wallets, die ETF-Zukäufe, Firmen-Wallets und, 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 die sind hier absolut krass am Akkumulieren. Also man sieht die Umverteilung und diese Schere zwischen Arm und Reich, die bildet sich von alleine. Die reichen Wallets kaufen von den Armen ab und nehmen dann in der Zukunft natürlich diese ganze Preisgestaltung mit. Und der, der schon verkauft hat, der bleibt auf seinen Euro, auf seinen Dollar sitzen oder auf was auch immer, schichtet um in extrem eskalierte Aktien, keine Ahnung, und ist dann im Endeffekt selber verantwortlich für das, was man mit Bitcoin dann verpassen wird. Ein Tipp von mir, um das Video kurz zu halten, weil es ja gerne ein Livestream gewesen wäre, aber ich möchte es euch einfach zeigen. Ich persönlich, ich kaufe natürlich weiterhin in Tranchen Bitcoin mit 2er Hebel, mit 2,5er Hebel und ich möchte euch das hier zeigen. Ich habe euch gepostet, meine Spot-Käufe und auch die Verkäufe nur in dieser Seitwärtsbewegung, wo nur diese paar Käufe mitgezogen worden sind, habe ich eben einen günstigen durchschnittlichen Kaufpreis und einen höheren Verkaufspreis und eigentlich immer noch das meiste an BTC, das ich hier halte. Sehr gute Sache, so kann man Profite machen. Was ich aber jetzt zusätzlich noch mache, ist auf jeden Fall bei den Altcoins, die jetzt schon, obwohl Bitcoin irgendwo ist und noch nicht die Welt erobert hat und trotzdem Altcoins teilweise in 2, 3, 4, 5x gemacht haben, dort verkaufe ich gerade aktiv und sortiere aus dem Portfolio aus. Ich habe einerseits den Casper-Token hier beim Ausbruch und in den All-Time-High-Regionen jetzt komplett abverkauft. Ich bin auch hingegangen, ich habe jetzt auch überlegt, bei Toncoin Profite zu nehmen, wenn wir hier jetzt nicht ein schönes Ausbruchsziel hätten und ein wunderbares Chart-Petal noch drauf spekulieren könnten. Aber was ich jetzt live im Video machen werde, ist zum Beispiel den Brett-Token abverkaufen. Warum verkaufe ich jetzt diesen Meme-Coin? Da gehen wir einfach mal auf maximal und ohne da auf 100x zu spekulieren, ohne irgendwas Großartiges zu machen, schauen wir uns einfach mal an, ob mein Internet hier diesen Swap da durchführen lässt. Müsst ihr euch einfach mal ansehen, Brett ein Meme-Coin, den wir einfach in dieser Korrektur gekauft haben und zwar minimal, da hätte ich gerade mal mit Dollar-Cost-Average angefangen, 150 Dollar in Brett, was halt gar nichts ist. Viele Red Flags, wenig Liquidität, trotzdem ein sehr gutes Standing und Bekanntheit im Kryptomarkt auf der Base-Blockchain. Recht viel mehr wird da nicht kommen und jetzt kann ich mir überlegen, aus 150 Euro, was ein Spielbetrag ist, direkt mal hier 600 Dollar in Bitcoin reinzuschichten. Das ist für mich eine coole Sache. Im Endeffekt, Rappt, nehmen wir Rappt, wir nehmen WBTC, einfach, dass wir es haben auf der Base-Blockchain, wenn es laden würde. Und das ist auch jetzt bei Not-Coin der Fall. Das ist der Meme-Coin, der hat nochmal stärker angezogen ist, als zum Beispiel der Ton-Coin. Das ist für mich auf jeden Fall, ist Traded Leading. Ja, okay, dann machen wir das lieber in Ethereum und dann können wir ja immer noch jederzeit umändern und swappen das ganze Ding einfach. Aber ja, das sind im Endeffekt Coins, die man jetzt schön im Profit verkaufen kann. Es gibt genug Karteileichen oder im Endeffekt Coins, die jetzt noch nicht so heftig performt haben, wo man einfach warten muss. Aber wenn wir hier schon ein 2, 3, 4, 5x auf dem Silbertablett angeboten wird, ich offiziell damit Bitcoin outperformt habe, und jetzt einfach mehr davon kaufen kann, so finanziert man sich auf jeden Fall auch die Long-Positionen. Profite nehmen, wenn es denn möglich ist, sollte man hier definitiv durchführen. Und wenn dieser Swap successful war, müssen wir das jetzt auch hier in meinem Chart mitzubekommen. Meine kompletten Ein- und Ausstiege, die teile ich immer mit euch im Inner Circle. Da könnt ihr auch gerne mit der einzigen Webseite, die ich habe, gerne eure Infos rausziehen. DidiRandom.com ist wirklich die einzige Internetseite, die ich betreibe. Es gibt viele Fake-Accounts und da könnt ihr euch natürlich gerne schlau machen über unsere Inner Circle Telegram-Gruppe. Ist eine ganz coole Sache und hilft dir vor allem, wenn du im Anfängerbereich noch unterwegs bist. Hier haben wir jetzt den Verkauf von Brett mit drinnen. Das ist natürlich gut gespielt. Notcoin wird verkauft. Wojack als Meme-Coin habe ich bereits geexitet. Wo steht der überhaupt? Der ist eigentlich auch ziemlich stark gewesen. Drum ist er auch verkauft worden und nicht noch mehr gekauft worden. Den hat er jetzt wieder runtergerissen. Ich habe nämlich hier verkauft. Es wäre nochmal ordentlich hochgegangen. Und trotzdem war das hier jetzt ein schlauer Verkauf. Und es gibt auch noch genug Altcoins, die erst ziehen werden. Und da darf man nicht ungeduldig sein. Wer zwischendrin Profite nimmt, der hat es viel leichter in diesen Korrekturen dann einfach nachzukaufen, die Füße stillzuhalten und vor allem dann auch wieder richtige Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube Bitcoin unter 66.000 Dollar, das kann man trotzdem weiterhin kaufen. Und genau das werde ich tun. Wenn ihr selber jetzt mit Hebel rangehen wollt, kann ich auf jeden Fall die zwei Börsen BitGet und Lebex empfehlen. Auf BitGet gibt es einen Demo-Account, den ihr hier kostenlos verwenden könnt. Ihr könnt natürlich auch mit Echtgeld traden. Und bei BitGet gibt es bis zu 8.000 Dollar Einzahlungsbonus. Nur mit meinem Link unten in der Videobeschreibung. Und aktuell für alle, die aktiv traden. Ihr könnt hier über meinen Link in ein eigenes Leaderboard kommen. Sprich, es werden jeden Monat Preise verlost für aktive Nutzer. Das sind im Endeffekt nichts anderes als Werbemaßnahmen. Aber ihr könnt hier gerade relativ einfach noch mit relativ wenig Volumen in die Preispools kommen von mehreren 100 Dollar. Und es gibt alleine in diesem Monat 1.500 Dollar nur für euch in unserer Community an Gesamtpreisen. Der Link zu Lebex ist unten in der Videobeschreibung. Wie immer, maximaler Ehren-Support. Wenn ihr hier die Links nehmt, freut mich natürlich wie immer. Und das finanziert auch immer die 50 Dollar Giveaways in den Livestream. Gerne beim nächsten Mal im Livestream dabei sein. Heute hat es Internet einfach nicht sein wollen. Wir sehen und hören uns aber auf jeden Fall im nächsten Video. Livestream, Telegram-Gruppe, YouTube-Kommentaren oder im Inner Circle. Ich wünsche euch wie immer was. Wir sehen und hören uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.